Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage der Vernunft, ein zweites Kapitel. Und die etwas längere Unterüberschrift lautet, wie Vernunft über sich selbst nachdenken kann und sich dabei nicht als etwas Gegebenes, Festes, sondern als etwas Performatives erfährt, als etwas, was man sozusagen in seiner Ausübung beobachten kann. Der Schritt Null ist eine Vorübung, um besser verstehen zu können, worum es mir gleich geht. Es sind immer Dichotomien. Bei folgenden Dichotomien steht Vernunft sowohl innerhalb als auch außerhalb. Wie ist das gemeint? Nehmen wir die Dichotomie bewusst versus unbewusst. Bewusst scheint näher an der Vernunft dran zu sein als unbewusst. Unbewusst könnte der Traum oder sowas sein. Vernunft würde sich also innerhalb dieser Dichotomie eher mit dem Pol bewusst identifizieren. Doch wenn wir einsehen, wie bedeutend auch das Unbewusste für das menschliche Leben ist, dann ist es vernünftig, beide Seiten im Blick zu haben. Souverän gebraucht Vernunft jetzt diese Dichotomie. Vernunft steht jetzt außerhalb oder oberhalb der Dichotomie und identifiziert sich nicht länger nur mit einer der beiden Seiten. Sie sieht mehr. Nehmen wir die Dichotomie Apollinisch versus Dionysisch, also eine Form annehmend versus eine Form sprengend. Apollinisch scheint näher an der Vernunft dran zu sein als Dionysisch. Vernunft würde sich also innerhalb dieser Dichotomie sicherlich eher mit Apollinisch identifizieren. Doch wenn wir einsehen, wie bedeutend auch das Dionysische für das menschliche Leben insgesamt ist, dann ist es doch vernünftig, beide Seiten im Blick zu haben. Souverän gebraucht Vernunft diese Dichotomie. Vernunft steht jetzt außerhalb und identifiziert sich nicht länger nur mit der einen Seite. Apollinisch, Vernunft sieht mehr. Soweit die Vorübung und es kommt jetzt auch immer weiter auf diese Dichotomien an. Es kommt nichts Neues mehr dazu. Vernunft als höchste Instanz der Reflexion. Wir vergegenwärtigen uns noch einmal, was wir von Kant gelernt haben. Aus unserer Vernunft, sagt Kant, kommen all die großen unbeantwortbaren Fragen nach dem Ganzen und nach dem Sinn und auch unser Bedürfnis nach Antworten, an denen wir Zeit lebend, zweiterbastelnd, fragen, zweifelnd, glaubend. Aus unserer Vernunft kommt genauso die Erfahrung und die Einsicht, wie begrenzt unser sicheres Wissen ist. Vernunft ist die höchste Instanz, mit der wir unser Denken unablässig kritisch selbst untersuchen und unser Leben begleiten. Vernünftige Reflexion geht immer noch einen Schritt weiter. Dazu, an Kant, anlehnend, möchte ich zwei Thesen äußern. Vernunft geht immer weiter, also auch über solche Dichotomien hinaus, mit deren Hilfe sie sich selbst bestimmt und abgrenzt, wie zum Beispiel vernünftig versus unvernünftig. Denn Vernunft, wenn sie diese Dichotomien denkt, sieht nicht nur souverän die Bedeutung beider Seiten, sondern indem Vernunft die Dichotomien gebraucht, nimmt sie das Andere in gewisser Weise auch mit in sich auf. Sie umfasst dabei etwas vom Anderen ihrer selbst, indem sie es anerkennt, als teilweise vielleicht auch zur Vernunft gehörig. Jetzt wollen wir noch einmal genauer hinschauen auf Dichotomien, wo Vernunft zunächst innerhalb dieser Dichotomie eine Seite für sich beansprucht. Denken wir an folgende Dichotomien, innerhalb der Vernunft sich gegen etwas anderes zurecht abgrenzt und definiert. Typisch wäre Denken versus Handeln oder Theorie versus Praxis. Beispiel, die ausgewogene Begründung ethischen Handelns, also das Denken und die Theorie ist vernünftig, aber etwas anderes wäre einfach eine gute Tat eines lieben Menschen, die ist sozusagen nur sie selbst und noch nicht vernünftig. Eine andere Dichotomie wäre objektiv versus subjektiv. Die begrifflich nachvollziehbare, objektive Erklärung eines Sachverhalts ist vernünftig. Etwas anderes ist die subjektive Äußerung eines privaten Gefühls, die ist noch nicht vernünftig. Die dritte Dichotomie wäre semiotisch versus nicht semiotisch oder etwas bedeutend versus nichts bedeutend. Aussagen im Rahmen eines Bedeutungssystems, zum Beispiel einer Sprache, können vernünftig sein. Aber Erfahrungen, die sich jeder Bedeutung entziehen, etwa die Gesamtunverständlichkeit unseres Lebens und der Welt oder der unverständliche Kern von allem und jedem oder auch etwas, was uns plötzlich widerfährt, das kann doch nicht vernünftig sein. Schritt 3 sind jetzt dieselben Dichotomien, aber wir benutzen sie so, dass wir sie als Ganze denken. Das heißt, unsere Vernunft ist das Subjekt, ist die Instanz, die beide Seiten der Dichotomie denkt. Nehmen wir wieder die Dichotomie Denken versus Handeln und denken an Sokrates. Wenn Sokrates von seinen Gesprächspartnern eine vernünftige Wahrheitsorientierung ihrer Lebensführung verlangt, dann kommt diese nicht schon im richtigen Denken an ihr Ziel, sondern erst im richtigen Handeln. Sonst sind es Lippenbekenntnisse. Vernunft weiß, wie wichtig die Praxis für die Verwirklichung von Vernunft ist. Vernunft denkt und gebraucht die Dichotomie-Theorie-Praxis, also auch, indem sie außerhalb dieser Dichotomie steht und umfasst dabei in gewisser Weise auch ihr anderes, in dem Fall die Praxis. Denken wir an die Dichotomie Objektiv versus Subjektiv. Wenn Denkerinnen sich im vernünftigen Diskurs ihrer Zeit nicht genügend artikulieren können, wenn ihnen das Vokabular dazu fehlt, erweitern sie mitunter aus Sprachnot das vernünftige Vokabular. Sie erweitern den vernünftigen Diskurs. Das Beispiel wäre der Begriff Heteronormativität, der, als er eingeführt wurde, viel neue Möglichkeiten des Nachdenkens über Gerechtigkeit eröffnet hat. Aus etwas, das zunächst bloß subjektiv war, weil jemand darunter gelitten hat, und noch nicht intersubjektiv diskursfähig, wird plötzlich ein neues Gebiet des vernünftigen Diskurses. Vernunft erkennt dabei, wie wichtig das zunächst einfach nur Subjektive für das spätere Weiterdenken ist. Im Rückblick auf denkerische Fortschritte in der Philosophiegeschichte denkt und gebraucht Vernunft die Dichotomie Objektiv versus Subjektiv. Dabei steht sie oberhalb und außerhalb dieser Dichotomie. Vernunft umfasst dabei in gewisser Weise auch ihr anderes, hier das rein Subjektive, das Leiden zum Beispiel, und nimmt etwas davon in sich auf. Vernunft kann das Subjektive verstehen, und zwar als eine Quelle des denkerischen Fortschritts, über welche die Vernunft in gewisser Weise selbst verfügt, wenn sie nämlich immer wieder das Subjektive mit einbezieht. Schließlich Bedeutend versus Nichts Bedeutend. Wenn wir vernünftig über menschliche Existenz nachdenken, umfasst dieses Denken auch so etwas wie die Gesamtunverständlichkeit des Lebens. Bei Kant ist es etwa das Ding an sich selbst betrachtet oder auch die metaphysischen Fragen. In der Existenzphilosophie ist es das Faktum des Existierens oder auch die Geworfenheit, wie Heidegger es nennt. All das gehört zwingend zum Leben dazu. Vernunft erkennt, wie wichtig jenes ist, das nicht semiotisierbar ist oder das nicht begriffen und verstanden werden kann, das für unser Denken völlig fremd bleibt. Wir müssen es mit einbeziehen. Der Blick zum Beispiel auf Existenz denkt und gebraucht Vernunft, die Dichotomie bedeutend versus nicht bedeutend. Dabei steht sie außerhalb dieser Dichotomie. Und sie umfasst dabei ihr anderes, hier das nicht bedeutende, nicht semiotisierbare, und nimmt etwas davon in sich auf. Vernunft kann ihr anderes etwas verstehen, zum Beispiel als nicht verständlichen Kern oder Hintergrund von allem, ohne den alles unvollständig wäre. Die Take-Home-Message. Zunächst die Wiederholung, in dem vernünftig mittels Dichotomien vom Typ vernünftig und vernünftig bestimmt, steht sie zugleich auch oberhalb dieser Dichotomien, indem sie um die Bedeutung ihres Gegenteils, des anderen ihrer selbst weiß, umfasst sie auch etwas davon und nimmt es in sich auf. Das entspricht jetzt als Take-Home-Message einem erweiterten Vernunftbegriff. Vernunft ist hier dynamisch gedacht. Vernunft transformiert sich selbst, indem sie ihre Grenzen überschreitet. Zugleich ist Vernunft hier nicht etwas Gegebenes, sondern etwas Performatives, das sich selbst bei der Arbeit zuschaut. Ein nächster Schritt über diesen Beitrag hinaus wäre folgender. Vernunft muss nun entscheiden, in welche Richtung sie wachsen will, was potenziell noch zu ihr gehören könnte und was nicht. Bei dieser Entscheidung arbeitet sie als ethische Vernunft. Sie ist jene Instanz, die über gut und schlecht entscheiden muss, wer sonst sollte das für sie tun. Ein Beispiel. Vernünftig wäre es bei Kant immer die Wahrheit zu sagen, unvernünftig zum Beispiel zu lügen. Vernunft fragt nun, was am Unvernünftigen könnte doch etwas Wertvolles sein, zum Beispiel bestimmte Ausnahmen vom Lügenverbot. Welche diese rationale Regel zwar brechen, in einem höheren Sinn, aber doch vernünftig sind. Und was am Unvernünftigen bleibt tatsächlich immer wertlos, zum Beispiel völlig chaotische Entscheidungen. Was ist eigentlich Vernunft? Der zweite Teil behandelte die Vernunft, die sich selbst beobachtet dabei, dass sie nichts Gegebenes ist, sondern auch etwas Performatives. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.